Die Firma SEW ist seit vielen Jahren sehr erfolgreich in der Branche Lebensmitteltechnik unterwegs mit ihren Produkten und Lösungen und wir haben uns halt dem Thema angenommen, weil es unglaublich wichtig ist, der Trend immer mehr zum Hygienic Design geht und das Thema Sicherheit von Lebensmitteln eine immer größere Rolle spielt. Wir werden von verschiedenen Ausstellern auf einer Microfair viele Lösungen sehen, also das geht von Komponenten, die im Hygienic Design gestaltet sind. Wir werden eine Kinematik sehen, die Hygienic Design hat und wir werden auch das Thema Software in einer Live-Demonstration vorführen. Das Motto des diesjährigen Hygienic Design Days ist ja Software trifft Hygienic Design. Normalerweise würde man ja annehmen, dass das Thema Hygienic Design mit Hardware zu tun hat, ausschließlich, aber die Software spielt auf jeden Fall auch eine große Rolle, weil mit intelligenten Software-Bausteinen kann man das Thema Hygienegerechte Produktion von Lebensmitteln hervorragend unterstützen. Also als Besucher des Hygienic Design Days wird man auf jeden Fall auf Experten treffen. Man hat die Möglichkeit Networking zu betreiben, man wird hervorragende Fachvorträge sehen und man kann auf jeden Fall, sag ich mal, sich auch vielleicht weiterbilden, was die neuesten Trends im Bereich Hygienic Design sind. Also als Besucher des Hygienic Designs im Bereich 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 Hygienic Designs im Bereich